Der Schmäde Liebe Sehr geehrter, sehr geehrter Herr, sehr geehrter, sehr, sehr geehrter Herr, äckert. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass sich meine Werke zur Vertonung nicht eignen. Sie sind nicht der Erste, der mit einem solchen Ansuchen an mich herantritt. Haben Sie bitte Verständnis, dass ich Ihrer Bitte nicht entsprechen kann? Mit freundlichem Gruß, Ihr Thomas Kling. Und so soll es sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.